Hallo, heute war unser dritter Tag. Heute haben wir die beiden Teams begleitet, wie sie ihre ersten Ideen umgesetzt und gefilmt haben. Doch dabei wurden wir vom Regen überrascht. Doch wir hatten alle noch Regenjagd dabei und so ist das einigermaßen glimpflich ausgegangen. Ja, dann war der NDR heute noch da. Die haben ein paar Aufnahmen von uns gemacht, was auch im Fernsehen ausgestrahlt wird. Und ja, dann haben wir vorhin noch Fußball gespielt und das wollen wir nachher auch nochmal mit allen machen, was bestimmt echt viel Spaß machen wird. Ist aber leider auch ganz schön anstrengend und ja, deswegen freuen wir uns jetzt alle aufs Abendessen. Das war's. Bis morgen. Tschüss.